Einen wunderschönen und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mangers. Dieses Mal haben wir uns für das Gegenseit in jeder Metzern entschieden. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Chris? Ja? Wir machen Personenschutz für Anna für die erste Runde der Runde auf jeden Fall, okay? Ja, wir machen Personenschutz für Anna. Und sterben beide. Und gleich seid ihr beide die Imposter. Ja, dann ist das beste Zähl für sie. Ich bin schon mal nicht... Jetzt hilft mich damit nicht. Ich muss kurz was einstellen. So, jetzt bin ich wieder da. Ah, scheiße, jetzt ist er natürlich weg. Wunderbar. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich suche jetzt erst mal Anna. Du bist Gailani. Du bist Dirin. Hier ist keine Anna. Fixed Lights. Skalani wird töten, glaube ich. Anika läuft weg. Anika läuft weg. Ah, Chris? Wo ist Anna? Da. Okay. Cool. Seven sets. Okay. Jetzt habe ich endlich Anna gefunden. Jetzt habe ich endlich Anna gefunden. Stopp. Ich wollte gerade sagen, ich habe Anna gesehen und Chris und du warst nicht da. Ja, ich musste was umstellen am PC. Er kam relativ spät nach. Okay, ich habe Schillaxe gefunden und zwar liegt die Leiche, wenn ihr aus Weapons beziehungsweise O2 da rausgeht und zur Navigation geht, dann müsst ihr so ein Stück nach rechts gehen. Im Flur direkt bei der Kamera. Genau. Sieht man es noch? Also ich habe sie auf der Kamera gesehen und wie du sie gerade gefunden hast. Kurz vor ist sie allein noch runtergelaufen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob er sie einfach nicht gesehen hat oder ob er sie gekillt hat. Ich weiß es nicht. Aber Sky war aber mit ihr in Navigation. Genau. Ich habe ihn nur runterlaufen sehen und du bist hochgelaufen. Weißt du wie lange die Leiche da liegt? Weißt du wie lange die Leiche da liegt? Keine Ahnung. Hast du das schon gesehen? Also ich kann mal eben sagen, ich bin losgelaufen über Weapons, habe bei Weapons keine Tasks gehabt, bin dann runtergegangen nach O2 und habe da meinen Müll rausgebracht und die Blätter gemacht und bin dann rübergelaufen. Da lag die Leiche noch nicht, wäre nicht rübergelaufen und dann ging Licht an und mir kamen zwei entgegen. Ich glaube es war dunkelgrün, aber es ist blindes Raten. Ja. Könnte sein, dass Duran es gewesen ist. Wo genau? In welchem Gang? Navigation O2. Und Duran ist mir auch entgegen gekommen, weil ich bin nämlich von unten gegangen und Duran ist mir bei Shields entgegen gekommen, von oben und ich kam halt aus Storage. Und dann bin ich Navigation gewesen, habe da weiter Klaus gemacht und bin nach unten gegangen zu Shields und dann war Report. Ja, das stimmt. Also das kann ich definitiv so. Shani, wie lange ist es, also seit wann hast du sie gesehen? Kannst du eine ungefähre Sekundenzahl sagen? Boah, keine Ahnung. Also relativ kurz nachdem das Licht angegangen ist, bin ich an die Camps gegangen. Das heißt ja dann... Das ist das einzige... Aber da lag die Leiche schon. Also es ist nicht so, als hätte ich sie umfallen, sondern die lag halt schon. Also das heißt jetzt wahrscheinlich während das Licht auspassiert. Ich schätze ja. Oder davor. Oder kurz davor davor. Oder es bist du Chris, weil die sich da aufs anderen in uns hinwillt. Dann sollten wir Anna jetzt rausvoten. Ja, lasst uns, lasst uns Anna rausvoten. Das ist gemein, wenn die mich killt, okay, aber nicht rausvoten. Wie sollen wir dich killen, wenn du nicht... ...schuldig bist? Oh, Oxy. Okay. So, jetzt können wir eine Tasten machen. Kann natürlich sein, dass Chris recht hat. Ganz klar. Chris. Macht jetzt auch seine Tast. Äh, Annika liegt direkt vor dem Kanister ins Dolch. Ich habe noch jemanden weglaufen sehen. Ich würde jetzt auch nochmal auf dunkelgrün tippen. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich, ich... Ja, ich war da auch. Ich bin aber gerade in Electric Litrim. Und wenn du gerade mich verdächtigen willst, dann würde ich eher auf Self-Report gehen. Ne, wirklich nicht. Es war wirklich kein Self-Report. Ja, gut, dann kann ich Sky ausschließen für den Kilo. Nö, ich kann krass ausschließen. Ich hab, ich hab auch gerade Annika noch gesehen. Leute, Leute, Leute. Ähm, ist es noch... Ist es noch jemand nach rechts gelaufen von Star Wars? Und zwar Mimi. Mimi ist auch nach rechts gelaufen? Also, ne. Dürren sagt ja, er ist vom Tank nach links gelaufen. Mimi ist nach rechts gelaufen. Ja, ich bin Annika vorbei. Ja, aber ich hab grad Gabelsch rausgebracht unten. Ne, hast du nicht. Da stand ich. Das kann nicht sein. Haben sie nicht grad... Hä, sie kam grad hoch, dachte ich. Also, ich hab das so gesehen, dass sie grad davon hochkam. Du bist doch neben mir gelaufen. Sie hat keinen Gabelsch rausgebracht. Hat sie nicht, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wie willst du das sehen, wenn du den... Ich hab nicht gesehen, wie der hochkam. Wie willst du das sehen, wenn du den... Den... Den Spielschirm hast? Dass ich keinen Gabelsch rausgebracht habe? Weil du den Task offen hast? Den Task offen hast? Ich hab keinen Büro rausgebracht. Ich wollte... Ich wollte, äh, dahin, aber du kamst nicht von da. Also, ich kann sagen, Sky ist neben mir her gelaufen und Mimi kam von unten. Das hab ich gesehen. Ich hab jetzt nicht gesehen, ob sie an der Task stand oder nicht. Vielleicht hat Sky auch einen größeren Vision-Radius. Wir wissen's nicht. Dieses Lachen. Ah. Mashi und ich haben O-Motur gefixt. Ja, plus Navigation waren wir da noch. Also, wir sind für diesen Kill auf jeden Fall raus. Ja, Mashi kam auch am Ende nach rechts. Und ich war eben jetzt gerade in, äh, Admin und hab da den Auto gefixt. Und Annelus war da, glaub ich. Ja, ich hab... Und da bin ich runtergelaufen. Und Deren war ja auch, glaub ich, ich bin mir nicht sicher. Deren war da und ist auch runtergelaufen. Kurz vor mir. Und dann muss direkt der Kill gefallen sein. Also entweder Deren, Mimi oder Serving. Aber, ne. Ja. Bei mir werde ich... Also, ich würde Deren und Mimi auf jeden Fall jetzt... Ich war zwar im ersten auch da, aber... ...Auge behalten. Ja, wir behalten auch dich im Auge. Oh, ich bin Crewmate. Ja, sag sie immer. Ja, sag sie immer. Mimi schießt. Mimi schießt auf Shani. Hm, 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 hm. Ja. Ja, aber klar. Ach, Alter. Ich bin's nicht. Ah. Ich sehe hier noch richtig Bock auf Auxi. Okay. So, darf ich jetzt bitte mein Download machen? Danke. Extra unterbrochen. Tarsla ist ja richtig wack. Eieieieiei. Eieieieiei. Eieieiei. 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 Ist das nicht so? Nein, Deren? Der Eieieiei ist gekült. Eieieiei. 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 Eieieiiei. Eieieiei. Eieieiiei. Eieiei. Eieieiei. Anulus Skalane Reactor Chris Chris ist safe und ich glaube ich dir in einem Mimmy Chris hat glaube ich geschaut dass er euch noch lieb Da kommst du auf jeden Fall nicht zu deinen Aufgaben Wer ist weg? Ah er hat gesehen Ok bist du aber Kann jemand mal bitte eine Leiche finden Das Mad Bay Cafeteria Shield Darin Wieder lange Runde Darin 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 Das Darin Scheiße Wie lange war die Runde bitte Ich war Ich war auch ein bisschen in so einem Suchenmodus Aber ja Ich dachte es sind viel mehr gestorben bei dieser langen Runde Hätte ich auch gedacht aber die Imposter haben sich zurückgehalten Ähm Sorry ich bin rausgeflogen ich habe nichts gehört Wo liegt Darin Darin liegt Darin liegt bei Arpa Engine Und ich bin dann aber Cafeteria gelaufen und wollte es nicht fixen Ähm Ich kann nicht beweisen ob sie nach Es passt zeitlich dass sie auch nach hätte nach links gehen können um den Kill zu machen Aber ich kann ich habe nichts dafür Wer sie Ach Anna Entschuldigung Ja Anna natürlich Aber Ich muss dazu sagen ich habe den Vent klappern sehen in Weapons vorhin mal In Weapons Ist halt zwar anders aber ich habe da einen Vent verwandtel Ja Hat aber nur den Kill Du mach dir ehrlich Also Um die Sache vom Kill Nummer 2 nochmal aufzugreifen Ich bin extra nochmal da unten gegangen Also sie kam definitiv nicht ganz von unten Hast du den Tatort nochmal angeguckt? Ja ich habe mir das nochmal angeguckt Weil die mich das selber gerade so verunsichert hat Aber die kam nicht von ganz unten Kam sie nicht CSI ist Kailani Mimmi was sagst du dazu? Mimmi oder was? Ja Ja wir sind aber sieben ne Wir sind sieben Jaja wir sind sieben aber ich Sieben Annika ist nicht dabei Es sieht gut aus Mimmi sprich Was sagst du dazu? Ich weiß nur dass ich beim Garbage war Jetzt immer noch Du warst beim Garbage Kailani sagt du warst nicht beim Garbage Oh Alter Du bist bei sieben Jaja ihr und eure Fehler Jedes Mal macht ihr Fehler Wer hat geskippt? Aber sie ist es gewesen Sie ist es wo gewesen? I guess Wer hat doch So wie sie redet Viel zu früh Okay Wieder Oxy Mimmi 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 Wow 15 Sekunden Gott Ich und Shani ist von da gekommen 2 8 6 2 Wow Ich weiß nicht wie knapp das war Wieso Was war das denn gerade bei Oxygen Alter Das war verdammt knapp Leute Shani warum bist du von Admin weggelaufen? Ja weil du reingerannt bist Ne ich bin nicht von Admin weggelaufen Also Also Wieso haben wir jetzt Mimmi gevotet? Ich glaube Ich glaube sie war richtig Also So wie sie reagiert hat glaube ich dass sie richtig war Aber Wer hat geskippt? Ich nicht Ich hab geskippt Ich hab geskippt Sonst keiner? Nö Ich hab gewohnt und weil ich bin zu mir sicher bin dass das richtig war Skalani ergibt ja Sinn dass Skalani gewordet Ne das ergibt ja Sinn Dann hast du auch einen Imposter Ey das kam halt so früh Alarm ne Ja aber Oxygen kam jetzt fast jede Runde als erstes Jede Runde als erstes sofort Glaub der Imposter hat irgendwie am Anfang rum zu nerven Halt ja fast hier klappt gerade Ja Wie auch immer das Ich war der Einzige der am Button da gecampt hat Während ihr alle Verhunden wart Also Wir brauchen nix machen Ich glaube die Tasks rennen uns sowieso In die Hand Aber glaubt ihr aber außer als double kill ne Ich bin mir ziemlich sicher dass kein da Also Ihr könnt mich rausvoten ich bin mir ziemlich sicher dass ich richtig liege Nein nein du wachst du Wieso immer mit deinem rausvoten Shani sei ruhig Ruhig Was bedeutet ruhig Was bedeutet ruhig Was ist mit ruhig Es ist doch ganz logisch ihr müsst irgend ein treffen Und wenn ihr sicher seid dass Mimmi vielleicht doch richtig war Da müsste Ich es ja sein weil ich sie rausgeboren habe Ja so wie sie reagiert hat Ich glaube schon dass sie richtig war Aber Sky du bist auf jeden Fall safe Ich kann dich für die Runde Du konnt dich für die Runde proofen Also ich skippe jetzt das in Ordnung oder nicht Ja, darfst du. Bitte zu mir den Gefallen. Was fliegst du noch raus? Am Ende war es doch Self-Report-Schaden. Aber ich vertraue mal in das Gute. Auf jeden Fall. Ich habe Self-Report gemacht. Passt auf, ich schnapp durch gleich alle weg. Alle? Du machst den Jim in letzter Runde oder was? Alle auf einmal. Alle auf einmal. Ich habe, glaube ich, noch Simon Says. Was ist das für einen? Task-Rin. Dadurch, dass ich gerade die erste Runde. Weapons. Oh Gott. Das habe ich niemals. Das sind alles meine Tasks. Besten, ich sterbe. Und schaffe ich es, schnell davon, einer zum anderen zu kommen. Das wird, glaube ich, das Beste. So. Lichter gehen aus. Ja, nee. Mimi war schon richtig. Mimi war schon richtig. Könnte man schon was schießen, ne? Einmal so. Schalte. Schalte. Sprech. Schalte. Schalte. Wir müssen uns schalte. Beste. Nein, ich hätte gedacht. Shani ist hier. Anna ist hier. Ach, Oxy. Ja, das Ding halt, das glaube ich alle wissen. Das ist der weiteste Weg. Shani. Warum macht sie die aus? Oh, Anna und Anilus waren drüben. Einfach drücken jetzt ja. So, wer ist tot? Jemand tot? Nö. Nee, okay. Nee, ich hätte jetzt nicht gedacht. Wie hat Admin ausgemacht? Chris oder Anilus? Nee, ich nicht. Nee, ich war mal später rein, ich war noch bei anderen in Camps, als der Alarm anging. Ja, dann können wir skippen. Ja, ich, ja, ja, das Mini war safe richtig. Ja, so wie sie geredet hatten. Ja. Ist geil. Ja, ich überlege gerade nur, alles gut. Ja, du kannst auch... Du kannst auch roten. Nein, ich habe überlegt, dass der gibt für mich irgendwie erst gar keinen Sinn, was der zweite Impostor spielt. Entweder ist er richtig am Arsch oder der spielt komisch. Das ist der erste ist, glaube ich, der Fall. Ich habe jetzt gedacht, jemand ist gestorben. Stell mich in Komsen. Kann Anilus mich gleich besuchen kommen? Anilus, suche mich und finde mich. Ah, wow. Alter, richtig gut. So ein perfekt gestand. Koms. Skalani, Anilus. Okay. Ah. Kommt doch mich nicht suchen, ne? Interessanterweise. Was ist Anilus ist da? Ja, komm, was soll ich sagen? Es ist doch Anilus. Ah. Ich hatte es auch schon im Gefühl. Ich hatte es auch schon im Gefühl. Aber Mimi, nicht den Reactor nach dem Meeting jedes Mal anmachen. Also hat das letzte Mal fast geklappt. Ja, das war richtig schnell. In der Regel funktioniert das nicht. Böse Mimi. Und die Türen vor mir auch nicht zuwachen. Böse Mimi. Ich zitiere jetzt einmal Oli. Wenn der Reactor so oft angeht, muss es Shani sein. Das war Usu und nicht der Reactor. Das war Usu. Irgendwer hat mich aber auch noch in Stowage eingesperrt. Macht so Spaß zu sabotieren. So. Mid-Bay. 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 Dürren. Jetzt mich doch aufmerksam. Oh, Alter. Boah. Anika müsste eigentlich, glaube ich, noch da sein. Vertraut jeder Mimi auf das hinbekommen. Habe ich hier was? Nein, habe gar nichts hier. Oh. Ich habe Chilaxo gefunden. Oh, wo denn? Cafeteria. Ja, dann war das, als wir alle da hochgelaufen sind. Dann kann ich, glaube ich. Wer war bei mir gerade? Oxygen war ich. Mimi hat rausgemacht. Sky stand noch an Reapons. Also ich will ja nur mal eben erwähnen, dass ich das ausgemacht habe, ne Kinder? Ja, das stimmt. Ich habe dich machen lassen. Ich dachte, ach komm, das kann sie. Also ich glaube, die muss echt frisch sein, die Leiche, weil ich bin auch gerade durch Cafeteria gelaufen. Da war noch nichts. Zumindest, wo lag die denn? Ein Laufweg sozusagen, wenn du ausgehst. Ui, Discord wieder wunderbar. Wer war bei mir eben in Navigation? Ich. Ah, gut, danke. So. Ich habe eben schon geredet, aber da gab es den komischen Fakt, dass mich keiner hört. Also die Leiche, sozusagen, wenn die Laufweg von Admin Richtung Reapons hast, an der Wand lang. Ah, okay, dann kann ich es gar nicht gesehen haben, weil ich bin nur bis zum mittleren Tisch gekommen. Ja doch, der Report-Button ist auch getaunt. Ist das schon da? Beim mittleren Tisch auch schon? Also ich bin von Reapons gekommen und da hatte ich den Button. Na, ich bin ja von links gekommen. Ach, von links, ja, dann ist doch fein. Ja, ja. Ich habe die hier aber links rein aufgesehen. Ja, ich bin ja dann umgedreht, als es dann aus war. Und da bin ich wieder nach links zurückgelaufen, weil ich da meinen Tast machen wollte. Kein Problem, Leute. Ich kümmere mich um die Alarme. Nein, ich auch. Warte, warte, warte. Mach's da bitte nächstes Mal bede. Anni, das ist für dich. Anni, kann ich mal bede. Danke, danke, danke. Ihr könnt sitzen bleiben. Super. Niemand will freiwillig geapplaudieren. Doch, ist doch gerade passiert, oder? Hast du schon mal einen Applaus hier in der Runde gekriegt? Ich glaube nicht. Ich habe alle gerade sehr verdammt am Gemute, sie sind keine Menschen. Kannst du jetzt bitte Marshi voten? Sky, vot Marshi. Genau. Kann Sky bitte auch mal voten? Darf ich auch mal überlegen, was stresst ihr mich denn heute an? Sonst hat ihr nur die gestresen. Nee, darfst du nicht? Doch, lass mal. Professor Layton. Ich habe mich jetzt selber gevotet, weil ich wusste, Annika geht auf mich. Sowieso. Sonst kann ich ja nicht mehr mitmachen. Äh, Nils, geh weg. Gut. Ähm. Um einfach zwei Stimmen zu haben. Ich glaube, hier ist ganz okay. Jetzt habe ich mir nämlich so überlegt, das mache ich einfach. Camps sind an. Galan überliebt lange beim Voten. Das ist fein. Wieder der Tank. Chris. Shani. Sky. Niederschlötter. Hm. Nichts brechen können. Okay. Oh. Oh. Eine dumme Stelle, wo man steht. Ich gerade stehe mich da. Nein, noch wieder Bank. Bop, 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 bop. Kann ich da rein? Niederschlötter. Die Kabel, wenn ich wahrscheinlich noch mal eine her. Okay. Ja, frischer Tat ertappt. Wer ist es? Ich habe die Person frischer Tat ertappt. Und wer ist es? Willst du es selber sagen, oder? Wo liegt die Navigation? Nee, Lower Engine. Beim Tankaufbau. Du kannst ruhig reden. Ist alles gut, Mashi. Kein Ding. Ah, also du. Ich habe keinen Namen gesagt. Ja, du. Wir beide standen da ja, oder? Wusste bis jetzt noch keiner. Deswegen. Hä? Ist dir völlig egal. Ich habe gesehen, wie du ihn gekillt hast, aber ist mir egal. Ist jetzt ja 50-50. Ich sage, du was, dass du sagst, dass ich warst. Anika oder Mashi haben irgendwie gekillt. Ähm. Chris ist gestorben. Chris. Ja. Ah. Wobei Reaktion, oder was? Nee, unten Lower Engine. Da bei dem Tank- und Schiebedings. Hat jemand Infos, die eine von den beiden Personen eher Ansatz machen würden? War Anna noch an den Camps? Ja. Anika hat geprahlt, dass sie die Dinger ausgemacht hat. Das war krass, ne? Das war auch Zufall, nur weil ich bei so in the cart stand. Da würde ich sagen. Also was weiß jetzt, wer, wer. Ich glaube, aber zweimal. Mashi und Anika sind zass, Anna, für dich. Und ich habe sie killen sehen und sie sagt, sie hat mich killen sehen. Wer war denn in den Camps? Es waren zweimal die Camps an. Aber davor waren nochmal die Camps an. Weil ich habe zweimal in den Camps getan. Die war die ganze Zeit. Ich bin nur mal kurz raus und habe geguckt, ob Andy los Scharni gekillt ist. Ah, aber sie lebt ja noch. Einem stille live. Ich wollte mir, wie du nicht sagst, dass sie mich killen könnte. Nur, dass ich sie kille. Was ist denn das? Ja, du bist so ein berechenbar. Eine wahre Feministin. So, Anilus, hau raus. Ja, acht Leute. Ich schlag mich auf keine Seite, sonst kann mich hier niemand am Ende blamen. Doch, ich. Also, ich habe irgendeinen Bug, ich habe da kein Fenster, gell? Zum Noten. Ah, okay. Ist jetzt eh zu Ende. Okay. Sorry. Das ist richtig. Ich habe halt ihren Namen nicht. Ich habe halt ihren Namen nicht gesagt. Und dadurch, dass sie jetzt geredet hat. Also, ich würde mir jetzt auch einfach glauben, also, von dem her, weil ich den Namen nicht gesagt habe, glaube ich, kam ich ganz gut rüber. Appen-Table noch. Zweiter. Interessant ist, die Stimme, erste Runde habe ich die Stimme nicht von den anderen bekommen. Ist klar, dass die zweite Runde, wenn ich die sehe. Dass die Person auf mich geht. Also, ich würde Anna wegmachen, wenn die ganze Zeit an die Kerben steht. Ach, komm's. Zumal, ich würde mich nebenlassen auch, ne? So, wenn es jetzt eine 50-50 kommt, könnte die Person noch zumindest so argumentieren. Ja. Mimmy. Metbase Security. Security ist an. Das ist bald Security. Gewendet. Komm, lock mir entgegen. Ähm, Mimi? Ja? Du warst Admin Table, hast du es auch gesehen oder nicht? Ich bin zum ersten Mal beim Admin Table, um das mal zu beobachten, aber ich habe jetzt sehr lange gesehen, dass sich nichts getan hat in Lower Engine. Du hast deine Augen links gehabt, weil zwei Punkte waren Security, danach war eine ganz schnell Mid-Bay, also es war ein Vent-Kill, Mimi und ich, in meinen Augen waren es nicht. Wo waren denn die anderen? Ich habe gerade die Lichter angemacht. Dann müsste es Ados gewesen sein, weil Shani, Dyrne und ich waren bei Electrical. Wenn du sagst, Mimi war bei dir, dann kann ich anbehalten. Wir können ja, mit Annika hatten wir die erste, deswegen. Votet ihr mich einfach, oder was? Ja, das sieht so aus. Also ich habe selber gesagt, ich würde auch Anna töten, weil sie in den Camps war. Was auch, nachher ist es Mashi und dann spielen wir auch noch voll gut gegeneinander aus. Guck mal, Sky hat jetzt einfach was gesagt, jetzt habt ihr schon gevotet, jetzt bringt es nicht mehr zu reden. Ja, aber Mashi hat ja auch recht mit, äh, ihm zu reden. Ja, aber die hat nicht mal antwortet, deswegen Mashi konnte das gar nicht wissen. Das war's auch schon mit dieser Folge, aber schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt. Wetten, killen und in der Schnitzeln. Bis dann.